Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Dazu sind wir einmal hier in der Garnision und ich möchte wieder ein paar Garnisionskisten öffnen. Das sind einmal hier diese großen Kisten mit Bergungsgut. Und da war ich schon fleißig hier mit dem Priester, hab ein paar Missionen gemacht, hatte das Wiederverwertungsgebäude am Start. Und ja, jetzt machen wir einmal 20 Stück auf und gucken mal, ob wir das letzte Item rauskriegen und zwar die Beichthose. Schimpft sich das? Alles andere habe ich bereits. Und die erste Kiste war schon mal nix, die zweite auch nix. Hier so ein paar Garnisionsressourcen, ein paar Pflanzen haben wir rausgezogen. Warte mal, schieben wir das mal rüber. Ich habe jetzt euch mal den Chat auch rausgezogen, dann seht ihr auch, was ihr hier kriegt. Aus den meisten Kisten gibt es tatsächlich nur Garnisionsressourcen. Das ist jetzt nicht so spannend. Aber ab und an gibt es dann halt auch Items ins Inventar. Hier ein paar Pflanzen, diese Rüstungsupgrade-Teile, die braucht man auch unter anderem für Garnisionsmissionen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir auch ein T-Mock-Item raus. Und ich hoffe, dass das T-Mock-Item, das wir rauskriegen, die Hosen sind. Weil die anderen habe ich schon tatsächlich alle. Das sind, glaube ich, immer um so die zehn Items, die man kriegt. Also eigentlich ein komplettes Set. Gut, jetzt haben wir noch sechs Kisten. Sieht irgendwie jetzt nicht so gut aus. Fünf. Oh boy, jetzt kriege ich mal wieder gar nichts, oder? Kann das sein? Nicht mal irgendein falsches T-Mock-Item, einfach nichts. Bisschen Erz haben wir noch rausgekriegt. Ah, da ist was, aber ein Stab, den brauche ich nicht, den habe ich schon. Letztes Item. Komm, Hosen. Gut, das war eher eine Nullnummer. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten 20 Kisten wieder. Und eventuell habe ich da ein bisschen mehr Glück. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.